Hallo! Willkommen zur 54. Version dieses Videos. Wir hoffen, jetzt kratzt sich niemand, das Licht stimmt. Jetzt läuft niemand vorbei und wir sprechen keine komischen Sätze. Du möchtest mehr über diesen Happiness Workshop erfahren und wir würden gerne die Geschichte dieses Workshops mit euch teilen. Ganz kurz. Ja genau, ganz kurz. Als wir dieses Datum eigentlich gesetzt haben, haben wir uns gar noch nicht gekannt. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir zusammen einen Offline Happiness Workshop organisiert haben. Und der war so inspirierend mit so vielen tollen Frauen, die sich ehrlich geöffnet haben. Mutig, ehrlich, wundervoll, stark, wunderschön. Total schön. Und das hat uns so berührt, dass wir einfach, wir wollen mehr Frauen berühren. Wir wollen mehr Frauen motivieren, einfach jeden Tag glücklich zu sein. Und sich selbst zu sein. Ja. Und glücklich zu sein dabei. Genau. Ja. Und deshalb gibt es diesen Kurs, wo wir euch verschiedene Tools vorstellen, um loszulassen. Ja. Sich selbst lieben zu lernen. Ja. Dann auch Eigenverantwortung für sein Handeln zu übernehmen und nicht anderen die Schuld dafür zu geben. Mhm. Und auch Manifestation ist ein großes Thema. Also wie du dir das anziehen kannst, das du möchtest. Mhm. Und zu diesen Themen haben wir die verschiedensten Tools. Wir haben Videomaterial, wir haben Bilder, wir haben ein Workbook. Wir haben ganz viele Dinge, die dir helfen können, dein bestes Du zu werden. Genau. Und du bist frei auszusuchen, was für dich passt, was deiner Wahrheit entspricht, was dir hilft, das in deinen Alltag einzubauen. Ja. Und habt ihr gemerkt, was wir die ganze Zeit machen? Wir haben Spaß dabei. Ja. Wir wollen einfach an dieser Stelle darauf hinweisen, dass innere Arbeit nicht mühsam sein muss, nicht ein Problem sein muss, nicht tragisch sein muss, sondern kann einfach Spaß machen. Ja. Und befreiend sein. Es kann auch mal tough sein. Die Kamera war schon fertig. Und ich noch nicht. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, es kann auch mal tough sein, aber es kann sehr befreiend und trotzdem leicht und auch schön und intensiv und bewusst sein. Und wir haben wirklich Spaß bei dem, was wir machen und wir möchten auch, dass ihr Spaß dabei habt. Ja, genießt es, weil es geht sowieso immer tiefer und schöner und echter. Es ist so wunderbar, wenn man einfach so leben kann, wie man möchte. Ja, wie es sich gut anfühlt, so hier drin. Schön. Ja. Und wir haben zwei verschiedene Packages dafür. Ja. Einmal Dive Deep und einmal Dive Deeper. Genau. Also, du entscheidest, wie tief du gehen möchtest. Beim zweiten sind einfach mehr Extras dabei. Ja, viel mehr. Genau, viel mehr Extras. Und die genauen Beschriebe, die findest du hier unten. Ja. Und da kannst du es auch gleich kaufen, wenn du möchtest. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, genieße es und wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.